So Freunde, willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Schreibt mir mal eure Stimmung in die Kommentare, weil aktuell sind wir immer noch in der Quarantäne. Aber ich möchte mir heute mal den neuen Song, beziehungsweise einen der neuen Songs von Malevolence anhören, nämlich Remain Unbeaten. Der wurde hochgeladen im Zuge von der EP The Other Side und zwar am 24. April. Und ich möchte mir mal das Video dazu angucken und den Song dazu anhören und euch natürlich dann mitnehmen. Let's go! Nice! Jetzt ein Bierchen, das wär's, oder? Let's go! Was ist das? Ich habe vieles zu sagen, wenn ich meine Namen spreche. Ich habe vieles zu sagen, wenn ich meine Namen spreche. Ich habe alles zu sagen, ich habe alles zu sagen. Ich habe vieles zu sagen, wenn ich meine Namen spreche. Ich habe vieles zu sagen, wenn ich meine Namen spreche. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist super nett. Das ist gut. Oh oh, das ist ein Kassel. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Du kannst die nicht mal in irgendeine Musikrichtung stecken, die haben so viele Elemente drin, die haben Hardcore-Elemente drin, Beatdown-Elemente, du hast Metal-Elemente, du hast wirklich alles drin, was du irgendwie verwerten kannst, was ordentlich scheppert. Und Remain Unbeaten einfach einen Song, der richtig nach vorne geht. Die Jungs haben sich riff-technisch immer besser geworden. Allein, also mit den Meilensteinen Self-Supremacy und so weiter, die hauen einen Bänger nach dem anderen gerade raus und gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Und ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. The Other Side hat ja noch einen anderen Song. Wenn ich den mal reviewen soll, dann schreibt mir das mal in die Kommentare. Ansonsten, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mal ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos. Macht's gut, bis dahin. Und tschüss.